Herzlich willkommen zu Drehtag Nummer 2. Ich bin gerade wieder nach Hause gefahren, ich war schon auf dem halben Weg und hab gemerkt, der Herr hat seine Lichter vergessen. Naja, wir holen jetzt Blondie ab. Blondie ist heute mit dabei auf dem Videodreh. Blondie und Black hier auf dem Tour, ihr wisst Bescheid. Blondie ist wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Wir wollen jetzt auf dem Videodreh. Ist so blöd zum Aufnehmen oder was? Bruder, ey. Der Tipp macht mich fertig. Jetzt hau rein mit deinem Witz. Also, Blondie, du machst mich fertig heute. Hallo. Vollzeitbahn, Klasse oder Rich, es liegt nur auf der Pate. Fick auf Kombis, Bruder, für mich zählt nur das Bahre. Jeder, der eine Zigarette hat, schön rauchen lassen. Ich krieg Schläge und ich bin da rechts. Vor den Jungs, in meiner Haut. Machst du hier Welle, gibt es Penis in den Mund. Du kleine Tafel, mach mal lieber Platz da. Redest du Mustern, doch sitzt im Fiat, du Monster. Alles gelabert, nehm es nicht ernst. Mach was ich will und 2016, es wird ernst. Vollzeitbahn, Knast oder Rich. Entscheide dich, Räuber leben oder nicht. Fokus liegt nicht, nur auf der Pate. Fick auf Kombis, Bruder, für mich zählt nur das Bahre. Vollzeitbahn. Flo, du musst da weg, Alter. Schnell. Renn dahinten. Renn dahinten weg. Sie tun voll so, als wäre das Arbeit gewesen und belohnen sich hier voll mit einem Cheeseburger, Alter. Schmeckt's, oder? Der Hund will auch. Der Hund kriegt leider nichts. Hier, guck, ich halte mich an meinen Ernährungsplan, obwohl ich aktuell gar keinen habe. Nix. Kleiner Hundesohn. Schöne. Kleiner Hundesohn. Also, Jungs, was glaubt ihr, wie wird das Video? Alles klar, okay. Gut, gell? Wollt. Ich habe ein Tafel, du. Schwer. Eine kleine Story einfach, die wir damit erzählen möchten, damit das Video nicht langweilig wird. Bleibt dran, wird auf jeden Fall geil. Und wenn ich meinen, das werden zurück, wenn man reden hört, danach gehen wir in den Shisha-Kopf rauchen. Hatte gut, tschüss. So, meine Lieben, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich hoffe, man erkennt mich gut. Wir sind jetzt gerade beim Shisha-Rauchen. Der nette Herr Florian Tauschek hat ja gerade gesagt, dass wir noch den Kopf rauchen. Und, schmeckt's? Komm, zieh mal richtig durch. Zeig mal, was ist es bei meinem Kopf. Und raus damit. Also, auf jeden Fall, worum es mir eigentlich gerade geht. Blondi hat's komplett verschissen von A bis Z. Der hat einfach alles verschissen. Junge, wir haben gerade geguckt, ne? Wir haben uns das ganze Material durchgeguckt von heute. Der war einfach so die ganze Zeit. Der hat einfach alles verwackelt, was man... Was machst du für Bilder, Mann? Der hat einfach alles verwackelt, was man verwackeln kann. Ich versuche euch, den Blog irgendwie zu stabilisieren. Aber, falls es nicht der Fall sein sollte, falls es komisch aussieht, dann liegt es nur an dem Deutschen hinter mir gerade. Alle Handfeinde schwer. Tut mir leid. Also, bis später. Geil, Mann. Hey, wir müssen uns fahren, dass wir vor die Sonne untergehen. Aber, was war denn das? Hey, wir haben gerade mal 14 Uhr, Alter. Wo soll die Sonne... Wo soll die Sonne...